Warum hast du hier Blumen, Möckern? Damit du mich heute gewinnen lassen willst. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, denn wir haben heute einfach Auto versus Wasserrutschen, Leute. Hier ist Level 1 und wir haben auf jeden Fall die verrücktesten Wasserrutschen, die wir mit unseren Autos einfach absolvieren müssen. Das wird auf jeden Fall heute echt mega, mega verrückt. Ein richtig, richtig verrückter Parcours. Der krasseste, den wir jemals haben werden. Und wer es hier schafft, bis ganz zum Ende zum Ziel zu kommen, bekommt einfach fette 500 Euro heute. Zeig mir mal dein Rennivehikel, okay? Das sieht auf jeden Fall schon mal echt gar nicht mal so schlecht aus. Sieht gut aus. Mal gucken, was ich bekomme. Wie cool. Tja, also das sieht auf jeden Fall echt nicht schlecht aus. Ich habe den ersten Checkpoint geholt für uns. Ja, das ist ja einfach. Oh, Leute, einfach der erste Checkpoint. Und? Ähm, äh. Oh, oh. Ähm. Oh, oh. Ich wusste nicht, dass es direkt losgeht. Nein, verdammt. Ich bin auch untergefallen von dem Ding. Egal, wen hast du den Checkpoint geholt? Wir können echt korrekt von dir. Deswegen können wir jetzt hier oben mit unseren neuen Fahrzeugen dann spawnen. Und? Äh. Hallo? Hallo? Ähm, was machst du da? Ja. Hä, wo bist du? Au. Ey. Oh, nein. Das war, das war, au, au. Das war so ein Jetpack oder so. Okay, ich brauche ein anderes Ding. Mal gucken. Äh. Ja, jetzt kriegen wir immer die fettesten Fahrzeuge, oder was? Okay, jetzt. Ich fahre mal vorsichtig. Es ist nicht dein. Ja. Guck mal. Ich nehme meine Blumen zurück. Hui. Ich fahre die Wasserrutsche runter mit meinem Auto. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Als ob du es trotzdem schaffst. Nein. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Oh Gott, ich bin rausgeflogen. Au. Okay, komm. Jetzt habe ich aber hier ein gutes Fahrzeug hoffentlich. Was ist jetzt hier? Ja, ein Kuruma, Leute. Easy peasy. Und du, hä? Kommst du da gut reingedroppt, oder was? Oh, perfekt sogar? Oh mein Gott. Alter. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg Du bist im Weg Das tut mir leid Ich danke dir Alter, das ist ja unglaublich Ich hab's auch noch geschafft Gerade, ne? Du hast es auch geschafft Gerade so Und jetzt? Und jetzt? Du musst denn jetzt lang Hä? Hallo? Warte mal Warte mal Wenn ich mein Auto tune Was dann? Dann Oh mein Gott Was? Kann es nicht nach oben springen Du hast Nitro oder so Okay, ich glaub aber Oh Mann Ich glaub aber, wir können mit unserem Auto Ein nach oben gehen Weil ich glaub, das war ja nicht geplant Dass es so gebaut wurde Hey So, komm hier ein nach oben Wir dürfen hier ein nach oben lökern Und dann bin ich gespannt Was uns hier jetzt erwartet Mich interessiert das Auto sehr Oh Das ist so unkorrekt von dir Das ist, tut mir leid Ich hab den Checkpoint geholt Ich hab ihn Ey, du hast mir voll den Platten gemacht Glaub ich, mit deinem Ding Okay, warte Ich komm mal raus Ausgestiegen Ey, das Auto ist so krass Hast du ein Checkpoint gemacht, oder was? Ja Ich seh's gerade, alter Au, okay Dann Ey, ja gut Kriegst du so ein Schrottauto Ein richtiges Müllauto Hab ich hier, Leute Öh, ein gepanzerten Du hast dir so ein richtiges Fußball-Mama-Auto Gerade bekommen Oh Gott Wie? Ja, das ist wirklich Alter, sind die Rutschen irgendwie größer? Kann das angehen? Die sind viel dicker und so Da kannst du das Auto voll easy hochfahren Alter Vorsicht Wo bist du? Ich komm easy hochgefahren Gerade die Wasserrutschen mit meinem Auto War so ganz entspannt Es ist voll set, es fängt ja auch mal anders rum zu fahren Ja, ja, ich weiß Das ist richtig krass gemacht gerade hier, ne? So, ihr schön Gas geben, Leute Ohne Probleme Alter Oh, oh Schaff ich das? Schaff ich das? Vorsicht, ich bin Mutti-Fußball-Auto Oh mein Gott, da war noch Alter, du hast es geschafft Okay, wo bist du? Alter, du schaffst es auch Ich auch Ey Okay Tschüss Ich habe alle drei Checkpoints bis jetzt als erstes geholt Ja, gut, die hast du erst bekommen, ne? Die hast du gar nicht So Ey Ich wusste, dass du mich runterrauben möchtest Und deswegen fällst du selber runter Egal, jetzt kann ich den Checkpoint bekommen Ich kann nicht aussteigen Okay Ich kann nicht aussteigen Wie? Oh Keine Ahnung Er lässt mich nicht aus meinem Fahrzeug aussteigen Jetzt aber Okay Dann komm Beim nächsten Checkpoint, Freunde Alter, hast du denn dann bekommen? Bekommen Ich Ich gehe Beton mischen Bisschen schwierig mit dem Ding, ne? Oh, jetzt haben wir sogar zwei Wasserrutschen Ich gehe rechts Aua Wenn ich überhaupt reinpasse Okay, ich sehe dich gerade rechts fahren Ich passe irgendwie rein Ich sehe dich rechts fahren Ich fahre links jetzt hier gerade Oh Gott, meine hat ein Looping Meine hat ein Looping Au Nein Au Ich bin rausgefallen Ja, meine Meine kommt man gar nicht vorbei Alter, weil ihr Weil man da nicht schnell genug ist Ist links falsch? Ey, links ist falsch Haha Mann, okay Ich muss oben wieder neu kommen Mit einem neuen Fahrzeug Ach, du auch, oder was? Oh, ja Ich habe so einen Rechtssitzer Äh Wo bist du? Das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert Mit dem Ding Ey Ich hätte gerade so ein komisches Flugzeug oder so bekommen Okay Vielleicht wird es das jetzt hier Mit so einem neuen Fahrzeug aus werden Ja Guck mal hier Aus dem Weg Im Driftauto Ey So Kurz Platz hier machen Ich gehe rechts lang Links ist falsch Du musst rechts lang Links ist falsch Ja, ja, links ist falsch Okay Oh mein Gott Das ist hier aber richtig crazy, ne? Auto, Wasser rutschen, Alter Warum hat darüber noch keiner nachgedacht? Oh, oh Oh Alter Ich bin fast rausgeflogen Oh mein Gott Ich auch Ich bin auf dem Kopf Ich kann nicht abbremsen Oh mein Gott Ich bin nicht auf dem Kopf Alter, wie cool war das gerade? Das war gerade richtig cool Ich war gerade auf dem Kopf Und dann wieder nicht Das war übertrieben krass Nein Oh nein Oh Oh Eigentlich weil es so cool war Hast du trotzdem bekommen, oder? Nee, nee Ich muss neu Nein, okay Okay, komm Wir machen das nochmal Jetzt schaffen Nein Mit dem Panzer wird es niemand schaffen Nein, wirst du auch nicht Dann brauche ich ein anderes Fahrzeug So, ich habe diesmal ein Motorrad Interessanter Ansatz Oh, ich glaube, das ist Ähm Das ist auch ein bisschen kleiner Was hast du bekommen oben gerade? Was habe ich bekommen? Oh mein Gott Vorsichtig Hat das ein Jet oder so? Irgendwie sowas, ja Oh Ich fahre mein Motorrad jetzt hier Oh Bloß nicht Ich darf nicht zu schnell sein, ne? Ich muss ja auf jeden Fall die Kurven gut fahren Oha Oha Ich bin hier kurz zum rausfallen Was? Kurz zum rausfallen Ey, das darf doch nicht wahr sein Aber doch, ich habe ein Checkpoint bekommen gerade Es hat auf jeden Fall gerade grün aufgeleuchtet, Leute Und ja Ich habe wohl den Checkpoint bekommen Ich bin hier respawned Bei Level 4, Leute Jetzt darf ich auch respawnen Ich komme Wo bist du denn? Hier Oh Spider-Man Ey Was? Alter Ich habe dich gar nicht gesehen Ich auch nicht Oh Alter Oh 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 Okay Ja toll Da muss ich wohl jetzt hier nochmal neu mit dem neuen Wagen kommen Und zwar Alter Ich kriege genau dasselbe Ding Läuft ja Ich kriege auch dasselbe Ding Wieso ist es genau Wieder so schnell? Nee Ich habe aber wieder so ein Alter So riesenreifen Aber die rutschen so fett Oh oh Und nun Alter Ey Oh Gott Durchs Wasser durch Und die Autos Au Okay Wir brauchen andere Autos Ein bisschen schneller Ein bisschen schneller sind Und uns ein bisschen mehr Nach oben katapultieren Wie zum Beispiel der Lamborghini Wie zum Beispiel der Rolls Royce Okay ich fahre zuerst Ich gebe folgendes mit meinem Lamborghini Ich gucke dir zu Ja Als ob Als ob Oh mein Gott Fahren mit deinem Ding Schnell Ja Wo bist du? Okay warte Ich probiere es nochmal mit meinem Lamborghini Ich will meinen auch nochmal probieren Das ist cool So warte Jetzt hier Vollspeed Ne Und Zack Oh oh Ja 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 Als ob Aussteigen Aussteigen Oh verdammt Nein Okay wo bist du? Ich fahre jetzt gerade hoch Aussteigen Aber das wird glaube ich nicht Nein Okay komm Was kriege ich jetzt mit dem Fahrzeug Kaufe ich was richtig Ey ich kriege so ein Pokémon Mobil Ist das schnell? Ich probiere es mal aus Ja ja Der sieht schnell aus Kannst du Donnerblitz Donnerblitz Fallschirm Ich hab keinen Fallschirm Einfach gar keinen mehr Ich glaube es ist ein bisschen schwierig Da jetzt hier Da oben hin zu kommen Ähm Ich guck mal Was ich jetzt mit dem Fahrzeug bekomme Ich kriege einen normalen Mann Und du schaffst es auch nicht oder was? Ne Ich hätte so einen Rolls Royce Cullinan Ich glaube das hier ist normal Das schaffst du glaube ich nicht Ne Okay Also ich darf Okay Das Ding hier Oder hast du ein gutes? Ich hab ein Zukunfts I8 Ein Zukunfts I8 Okay Ich hab eigentlich ein bisschen Glück Jetzt hier Ey Okay Okay So ein Guardian Der ist leider sehr sehr schwer Wieso? Alter Ich wollte gerade sagen Der ist Aber knapp Ich hab es probiert nochmal Oh Gott Oh ich bin fast noch an die Wasserrutsche reingekommen Also Level 4 muss ich sagen Leute Ist echt auf jeden Fall sehr sehr schwierig Ich habe auch nur Fahrzeuge Die leider Oh 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 Das ist ein bisschen schneller Komm schon Ey das darf doch nicht wahr sein Ey man Okay Leute Ich brauche Hast du ein Glück Oder was? Äh Was ist das denn für ein Ding? Ich hab glaube ich Glück Neues Fahrzeug Und Wo ist der Weg hier? Und Wo ist der Weg? Oh ein Neon Fister Oh Diese zwei Boote Müssen wir die Boote nehmen? Oh Alter Hä? Ich hab direkt ein Checkpoint geschafft Als ob Direkt Ja ja Und Level 6 schon freigeschaltet Alter was Jetzt ist hier einfach Looping oder was? Ich hab's auch geschafft Ähm Äh Okay Das ist ein bisschen schwieriger hier am Ende Ich glaube das ist nur für die ganz krassen Profis Nein Ja man Ähm Ich probiere es mit dem Krassen Polizei Lamborghini So Ey was? Also ich bin ja eigentlich ein Profi Aber Alter Aber das ist für Profi Profis Jetzt kriege ich hier einen Monster Truck Aus dem Weg hier Ja So Ey was? Der zu viel Grip Leute Das hast du gut geschafft Level 6 Ich sag's ich Das ist schon ein bisschen schwieriger Als hier gerade Ich probiere das Ganze mal In First Person zu machen Oh Oh Hä? Hä? Nein Okay First Person hat nicht Ich bekomme Drift Auto Ich kriege auch nur langsame Autos gerade Jetzt brauche ich eigentlich die Autos die nicht zu schnell nicht zu langsam sind Und ich glaube ich hab hier gerade mein Ding bekommen Leute So Oh mein Gott Ey was? Das ist voll schwer Sogar ein First Person mögern Wo bist du denn? Ich hatte Polizeimotorrad Und bin direkt untergefallen Komm Lego Bugatti Oder Lego McLaren besser gesagt So Oh mein Gott Ja Ja Ich seh gut aus Ja Du bist es Du bist es Alter Alter ich bin ein absoluter Profi gerade Wow Oh mein Gott Und hier ist das Ziel Was? Bam Alter Ich bin ein absoluter Oh Oh Warte Warte Profi Ibi Leute Oh Gott Oh Gott Oh Gott Nicht mit mir Haha Das ist geil nicht Ist da jemand sauer Dass die 500 Euro an mich gehen Uh Heel Sag mal Machst du etwa Yoga Mökan Ja na klar Bist du meine Nerven runterbringen Guck dir mal die Map an Leute wir haben heute einfach die richtig krasse Auto Wissens Looping Map Leute Guck mal wir haben hier einfach verschiedene Loopings Die immer und immer heftiger werden Und wer die ganzen Loopings nach am Ende schafft Und bis ganz darin dir zum Ziel kommt Bekommt einfach 100 Euro Ich würde mal sagen Mökan Spawn dir mal dein erstes Random Vehicle rein Okay Oh stark Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus Ich krieg Ähm Was ist denn das Wo bist du? Okay ich glaube Oh Oh Okay also ich habe auf jeden Fall gerade so ein riesen Flugzeug bekommen Ich probiere es nochmal mit einem anderen Ich hoffe ich habe jetzt mal hier ein besseres Guck dir das mal an Hä Ist das denn von Batman? Ich habe einfach so ein Batmobil Okay dann äh Let's go Aus dem Weg Hey Oh mein Gott Ey was ist denn Looping? Wow Hä Hä Ich habe es direkt geschafft Du bist direkt oben oder wo bist du? Ne ich bin bei 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 zwei Wie du bist bei zwei? Wie hast du das geschafft? Ich habe es direkt geschafft Der BMW ist richtig gut Hä Wo ist denn da die Lücke? Wo müssen wir denn da hinten? Naja oben ist eine Lücke Du musst oben rüber Ah Oh mein Gott Verdammt Ey Nein Nein Oh Okay warte mal Ich glaube ich muss noch ein anderes Dings haben Leute Ich brauche ein anderes Fahrzeug vielleicht dafür Wie wäre es mit diesem Random Vehicle? Das könnte das ja eigentlich schaffen Bist du so links lang gefahren oder was? Ich bin genau wie du Ja Lol Toll okay also Wir haben heute schon mal den allerersten Looping überlebt Oh 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 Ey Das war mir so klar Das war knapp So Okay dann Komm ins nächste Random Vehicle Und wir haben Alter Was ist denn das hier Mirkan? Oh Irgend so ein Was hast du denn? Oh nein Was hast du denn? Tja ich habe hier gerade so ein richtig cooles Auto Oh wie schnell meiner ist Alter das ist echt voll schnell Oh Gott hier geht es runter Und dann? Oh 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 mein Gott ich weiß was wir machen müssen Und dann muss man dann hin? Dann auf die Decke dich umdrehen und dann hinter die Bro Nein okay das geht gar nicht Au Okay ich bin falsch gefahren Äh Ey was mach ich denn jetzt? Ich weiß nicht was du machst So ich geh jetzt hier Ey Oh mein Gott es tut mir leid Mal gucken wo ich hinfliege jetzt Oh 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 Hä Äh Oh okay ich bin runtergefallen Ich glaube ich habe es geschafft oder so Na kann das angehen Als ob Also ist denn hier alles Oh ich bin Oh du bist draufgegangen Oh Aber kein Problem Der Checkpoint bei der dritten Ähm beim dritten Checkpoint ist auf jeden Fall hier freigeschaltet für dich Zack Ja richtig gut Perfekt sehr gut da bist du auch schon Okay Dann Das war schon mal Gerade 10% Stufe Jetzt sind wir sogar schon beim 30% Looping Der ist richtig Was ist das denn? Mhm Komm Drück mal random vehicle Okay Ähm Zack Ey Ey mein Auto Oh mein Gott es tut mir leid Warte Das tut mir leid Mein schöner Ferrari Oh mein Gott das andere Auto Oh mein Gott mein anderes Auto Okay dann Okay Zeig mal was du mit dem Kipplaster so drauf hast Äh Ich glaube es wird nämlich ein bisschen schwierig werden Nichts äh So Ähm Ja Das habe ich mir gedacht Vorsicht Rückwärts Nein Ey Okay Aber Ey das ist auch so klar Alter Alter Ist das voll rutschig Ist das voll rutschig Ja das ist Eis oder Schnee Das ist Eis oder Schnee Wie soll man denn Oh mein Gott man kann es aber anders schaffen Man muss da nur Au Man muss es halt nur anders machen Okay Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück Möckern Dann rein ins Ich hoffe Oh mein Gott Ähm Okay Was bin ich Meins wird auf jeden Fall nichts werden hier Ja Äh Äh Oh mein Gott nein Oh Gott ich brauche ein Auto mit Boost oder so Das geht dann sich anders Oder ein Motorrad Oh Gott Okay vielleicht schaffe ich das Ich habe hier so einen langen SUV Ja das glaubst du doch wohl selber nicht Alter Und Alter Du bist aber weit gekommen mit dem Ding Oh aber man kann auch Darf man schummeln Also Ja man darf eigentlich schon schummeln Man könnte eigentlich schon so rüberspringen Wenn man es kann Vielleicht habe ich ja Glück Also ich habe so eine alte Schrottkiste Die stelle ich auch direkt wieder ab hier Das Ding Das wird ja Gar nichts machen können Sag mal dein Run in the vehicle Was hast du da jetzt hier So ich kriege jetzt Ich sage ich kriege jetzt ein super Sportmoto Äh äh Boot Ey Aua Mann So Ey Ich habe es Ey Bro Das war aus Versehen So Na was hast du Ich hole Mir jetzt mein Wohnmobil Okay Also ich werde mit dem Ding Glaube ich Weil es relativ schnell ist Oh das ist eine gute Chance Alter Oh mein Gott Alter Ey nein Warte das zählt nicht Ey Ich muss mit dem Ding First Person fahren Zweiter Versuch So jetzt Leute Alter Aus dem Weg hier Wow Wow Mein Gott Was Ich habe es geschafft Glückern Das ist das krasseste Ding Und Checkpoint Und Checkpoint Nummer 4 ist für dich Freigeschaltet Alter Was ist das mal für ein Auto Das ist ein Toyota Oh hier rückwärts Cool Jo wie schnell ruckst du Als ob du es gerade Als ob Bro Nein 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 Mein schönes Toyota Auto Nein Oh Okay ich komme wieder nach oben Kein Problem hier Okay ich habe ein Motorrad Alter Es sieht aus so wie wir das fliegen können Ich glaube nicht Oh Nee Aber der Boost Es hat doch Es kann fliegen Nein Aber wie Okay ist es Tja Dann komm mal wieder Und hol dir ein neues Fahrzeug Ich probiere es jetzt mal hier ganz kurz Mit diesem Verrückten Auto jetzt hier gerade Mit dem Automobil Hä was hast du denn Oh 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 Nein Nein Das Ding war zu langsam Leute Au Ich werde nur getrollt Nein 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 Das gibt es nicht Das gibt es nicht Das ist wirklich Ja dann probiere mal mit dem Truck Das will ich dir gerne mal sehen Alter Und ich kriege gefühlt das schnellste Auto aller Zeiten Ja Okay Gut Funktioniert der super mit dem Truck Leute Hat der super funktioniert Guck dir mal mein Ding an Ich habe noch nie so ein krasses Auto gesehen Alter Was ist das denn Keine Ahnung Auf jeden Fall Let's go Easy Was das sind zwei Loopings Fährst du first person Nein gerade nicht Aber ich glaube ich sollte Alter das sind drei Loopings Als ob du schaffst Oh mein Gott Nein Alter wir haben es geschafft Drei Loopings Was Oh mein Gott Mit diesem richtig krassen Ding Ohne first person einfach Und damit ist Checkpoint Nummer 5 für dich freigeschaltet Willst du auch mal ein paar Punkte sammeln Oder willst du nicht nur so runterfallen Ich habe den ersten geholt Also das Ja den ersten habe ich auch bekommen Hallo du musst das Auto hier lassen Ansonsten wäre es schummeln Ja gut Okay Alter das war richtig krasses Auto Was ist das denn für So mal gucken was ich Oh für ein neues Fahrzeug bekomme Ähm gut ich fall runter Das ist doch kein Was sind das für crazy Loopings Oh mein Gott Oh mein Gott Jawohl 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 Was Alter Nein Ich liege zu weit Ich habe es gesehen Beim letzten einfach Oh 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 mein Gott Mein Auto Verdammt Alter Mein Auto ist eine extra klasse Mit Zentorno Zentorno Okay mal gucken was kriege ich Ich kriege ein Smart Ich kriege ein Smart Ey man was Wie soll ich das denn machen Ich bin so schlecht in Looping Oh oh Ey ja toll Ich habe nicht mal eine Dings berührt Okay Das gibt es nicht Ich hole ein neues Fahrzeug Random Vehicle Was kriegen wir Ich auch Ey ich kriege so einen Eiswagen Und was kriegst du Ich glaube der ist schnell Ich weiß nicht Ich kriege ein Motorrad Motorrad könnte aber echt gut sein Muss ich sagen Das könnte schon echt gut sein Sagst du Gar nicht Also ich bin noch weiter Ey Das Ey das darf doch nicht wahr sein Alter Ich war mit meinem Auto eben so gut Au Jetzt habe ich aber ein gutes Gefühl Okay Ey Was willst du Also Ey das gibt es nicht Ich sag doch Ich kriege ein Meriwether Auto Das ist gut Das ist gut Jetzt hier Looping Leute Looping Jedes Mal wenn du sagst Das ist gut Ich komme nicht mal Über das Erste rüber Oh mein Gott Ich komme schon wieder nicht rüber Ey das darf nicht wahr sein Ey das darf nicht wahr sein Okay warte ich Bude es nochmal hier beim Zweiten So Komm schon Jetzt nochmal Geht das jetzt hier mit dem Ding Oder fliege ich hier wieder zu weit Ich weiß gar nicht wie man das fahren soll Von der Logik her Ah Ne Alter das ist richtig blöd Leute Komm schon Ich brauche ein anderes Fahrzeug jetzt Au Ey ich habe schon wieder so einen Transporter Oh mein Gott Als ob Ich sehe es Oh mein Gott Sonic Auto Ähm Pass auf nicht dass du Kannst du an Decken fahren Was hast du da gerade gemacht Oh Was hast du da gemacht Oh mein Gott Alles gut Alles gut Ich habe mich gefangen wie eine Katze Oh mein Gott Ich schaffe es rüber Kein Problem Ich schaffe es rüber Alles gut Alles gut Alter das Ding ist zu schnell Okay Nein Warte Bitte Checkpoint Ich habe den Checkpoint bekommen Wie Wurde angezeigt Weiß ich nicht Stimmt Ich respawn hier Jaja ich weiß Okay Ich kann das Auto aber leider nicht nochmal benutzen Dann kommen wir zum nächsten Renewiekel Was ist denn das hier für ein Oh es lädt bei mir Für ein Pullerauto Was hast du denn Alter Waleside Mazda Okay dann komm Ich habe die Kappe geschafft Oh Gott Ich glaube es ist ein krasser Looping Hä Ey Ich bin bei den Bäumen wieder hinten Ich bin im Baum gelandet Ich sehe nichts Ich auch Warte mal Ich muss aussteigen Mein Auto ist im Baum Mein Auto ist im Baum Wie Mein Auto ist im Baum Mein Auto ist oben im Baum Okay warte Ich brauche das Fahrzeug Ey einfach ein Baum gewesen Ja und jetzt würde ich Ich spawn ein U-Boot Ja richtig gut U-Boot würde mir auch nichts bringen Okay warte Jetzt aber Nochmal neu hier Neuer Versuch Leute Und diesmal habe ich Uh Lol Ich habe das Gefühl Das ist mir zu schwer Zu schwer Ja mal gucken Ich gucke dir zu Und Als Hast du früher viele Looping gespielt Oh mein Gott Hast du mich gesehen Oh mein Gott Alter hat mein Auto Das da vorne erwischt Ist komplett kaputt vorne gegangen Gerade Was Okay ich muss noch mal aussteigen So Ich bekomme Aggressionen Ich glaube wir machen einfach hier ein Fahrzeug Möckern Warst du richtig krass Ich parke meins direkt hier Ich fahre das nicht Ich fahre das nicht Ja dann Neues Oh Oh mein Gott Gut das war es auch mit dem Auto Ich glaube dein Auto kannst du nicht mehr nutzen Warte ich stuze hier runter Ich hole ein neues Auto jetzt hier Ich bin gespannt Was ist denn das? Was ist das? Ist das ein Auto? Das sieht aus dem Wohnwagen Es ist ein Wohnmobil Ich glaube ich nehme hier einen Joker Ich nehme das Sonic Mobil wieder Eine Sonic Lamborghini Ich habe ein Fake Rolls Royce Ey Alter Das ist ein Weg Hallo Ey Bitte Bitte leg Es ist schwer Es ist schwer dann zu fahren Ja Ja Ich bin runtergefallen Okay jetzt aber Wo bist du? Ich bin hier unten Oh mein Gott Komm du schaffst es Das ist Schummeln Ja Das ist Schummeln Nein 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 Okay zweiter Versuch mit dem Ding Wieso Schummeln Das ist Skill Darf man das? Anders ist Oh ich brauche die Power von Sonic Ich brauche die Power Von Sonic Okay Das ist wieder nicht so gut Okay ich probiere es nochmal legit Man muss hier Muss man Hier einfach nur so ein bisschen Alter das ist Der Übergang ist jetzt schwierig Leute Ich hummel auch Oh und ich bin daneben geflogen Oh mein Gott Man kann doch einfach hier rüberfahren Idioten Wie? Digga Man kann einfach rüberfahren Als ob Man braucht keine Loops Als ob Oh mein Gott Das ist ja richtig blöd Ich seh Ähm Ich fahre zum Checkpoint So Und Zack Alter das ist ja so eine krasse Blende Zack Aua So Aua Dann Ups Warte Das Level sollte ich gut können Weil das ein Hamburger Ey Mann Ein Hamburger Das sind Hamburger hier Ey ich fall runter Ich hab's gesehen Dann Ich guck mal Ey Warte So Random Vehicle Alter Alter Fahr vor Fahr vor Leon Los Fahr lieber Ey Ich glaub es ist alles kaputt Was kaputt kriegen kann Ist es Was ist das Kann mein Ding irgendwas Was ist das Ähm Du sagst mir bitte es kann fliegen Ich glaub du musst nochmal ein anderes Fahrzeug nehmen Ja So hier Gott muss sein Oh So Ey Mann Was gibt es nicht Was willst du Was hast du denn für ein altes Fahrzeug hier Ich hab eins mit Gitarren hinten Was willst du Ich fahr ich mach das jetzt So 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 Ich fahr das auch Ich fahr das auch Kein Problem Alles gut Über die Burger rüber Ja Mach mal Über die Burger Über die Burger Ha Über die Burger Über die Burger Machst du schlau Ähm Hat er es Vielleicht Warte Hä Doch Warte Warte Wieso Was kann dein Auto Ähm Hat eine ganz besondere Fähigkeit Mein Wagen Ich weiß auch nicht Ob es gerade weggegangen ist Wieso hoffe ich gerade Dass du fliegen kannst Ich hoffe du kannst fliegen Bitte Ja natürlich Ja Bitte Was denkst du denn Aber warte Warte Du kannst mich nicht töten Wieso nicht Wie kriegst du dir nicht tot Ich kletter jetzt auf dein Auto Oh So Bro Ey oh mein Gott Nein Ich bin Ja okay Ich werde mal ganz Die Loops machen Warte Das ist schummeln Das darfst du nicht Das darfst du nicht Ah ja Ist das so Hallo Es geht um 100 Euro Ja Kann ich denn das schummeln Das ist ein fliegendes Auto Bekomme Kann ich ja nichts für Ja Okay Ey man Ist halt wieder ein Plan Was willst du gerade von mir Komm her Ja okay Ich mach es richtig Ja dann zeig mal Okay ich bin runter gefallen Richtig schlecht meinst du vielleicht Oh mein Gott Oh mein Gott Was Oh mein Gott Bro Okay Leute Und damit Fahr ich hier Oder beziehungsweise Fliege ich hier Mit meinem richtig coolen DeLorean Zack Und Warte Ich war vor dir hier Ich war vor dir hier Und Hey So Einparken Und damit Gehen die 100 Euro An mich Murkan Ich hab eine krasse Aufgabe Für dich Okay Welche Und zwar haben wir jetzt hier gerade 6 verschiedene Autos Bei uns am Start Und wir müssen heute Mit einem random vehicle Probieren Die Rampe runter zu kommen Und wer das Ganze Häufiger überlebt Bekommt einfach 100 Euro Was Okay Dann bin ich ready Ich bin ready Okay Dann spawn mal dein random vehicle rein Ich bin sehr gespannt Oh Was ist denn das So ein BMW Okay komm Ich komm jetzt auch mit meinem random vehicle Alter Und ich kriege Oh ein Ferrari Guck dir das an Aber ist schnell gut Weiß ich nicht Ich weiß auch nicht Ich weiß auch noch nicht Wie die Rampe aussieht Ich bin jetzt mal gespannt Deswegen komm mal losgedüst jetzt hier Ich bin hinter dir Und Wir fahren Wow Okay Hast du abgebremst Oh nein 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 Das könnte Oh ich komm bis jetzt ganz gut auf Alles entspannt Oh ich auch Und ich komm nicht gut auf Oh mein Gott Ich wurde zum Glück abgebremst Oh Ich seh deine Ich seh deine Als ob das so Nein Ich bin auch runtergefallen Tja Jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen weiter gekommen als du Da das aber erst die Testrunde war Gib ich dir noch kein Fahrzeug Deswegen komm mal mit deinem random vehicle Jetzt hier am Start Oh Stark Das sieht echt nicht schlecht aus Ey Oha Was ist das denn? Und ich hab auch so ein GTA Auto glaube ich Na okay Tschüss Wieso gehst du schnell? Du bist echt voll schnell mit dem Ding Ich krieg dich gar nicht eingeholt Oha Ich hab den Shut bekommen Bro ich bin direkt raus Ja Oder? Ich komm noch Alter Ich flieg echt gut über die Rampe grad rüber Oh nein Ja ich auch Kontrollieren Kontrollieren Oh Gott ich mach 360 Dürfen wir cheaten und langsam fahren? Alter ich komm gut durch gerade Ne 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 du wirst schon Vollgas geben Ja okay Oh Oh mein Gott ich wurde voll abgebremst Okay das ist ganz gut Ich hab das nämlich schon fast geschafft So Und Jebi Ich hab mein erstes Fahrzeug Und der erste Punkt Äh Wieso? Ja es kann unentschieden werden Wo bist du denn? Oh 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 Nein Hahaha Bro Warte warte Das kann ja was werden Ja 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 Hast du gescho- Hahaha Bro ich werd abgeknallt Hast du geschossen? Nein hab ich nicht Sowas würd ich nicht machen Hä? Also bist du runtergefallen oder was? Ich bin runtergefallen Ja dann geht auf jeden Fall der allererste Punkt an mich Hm Welches Fahrzeug könnte ich dir denn jetzt hier geben? Wir haben ja auf jeden Fall ein paar am Start So ein Ferrari Oh nein Ich hab ein Ferrari Der echt schlecht ist ne? Ich würd sagen Dann nehmen wir doch mal hier Ey Aua Dann nehmen wir hier so ein altes Fahrzeug Du solltest das alte Fahrzeug da jetzt nehmen Das sieht auf jeden Fall echt gut aus Das hier? Ja genau Das ist ein Porsche Ach das ist ne alte Röhre ist das Mehr nicht So ich komm jetzt hier mit meinem Oh Haha Also ich glaub Lego ist noch alter als mein Auto ne? Mein Lego Bugatti Rocket Voltic Ey was? Kau rein Was? Das ist ein Voltic Bro Wuhu Das der ist unfair Ich bin mega weit Oh Oh warte Ich krieg direkt nochmal einen Boost Das heißt Warte Tschüss Ich bin wieder runter Haha Ey das gibt es nicht Nein 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 Bitte Bitte Nein Nein Bist du? Nein Nein Boosten Boosten Ja Ich bin kritisch komisch aufgekommen damit Da ging der Punkt auf jeden Fall schon wieder an mich Aber ich hab jetzt mal keine leichte Gnade Das heißt Spawn mal dein Random Vehicle Hä? Ich bin außerdem sowieso grad mit einer Bestrafung gefahren Ach ja du hast recht Dann spawne rein dir dein Random Vehicle Ich bin gespannt Oh Motorrad ist echt eigentlich sehr gut Vielleicht kann ich den Trick machen Oh du könntest echt gleich einen Trick machen Alter mein Fahrzeug fährt voll komisch Hat voll die komische Lenkung Ich hab voll große Räder Und du fährst dann mit dem Motorrad Aber Alter wie du fliegst Alter Oh Nein Ich seh dich links Vielleicht krieg ich mich doch Du kriegst dich niemals Das geht mit dem Motorrad gar nicht Oh nein Gar nicht gut Gar nicht gut Gar nicht gut Gar nicht gut Nein Ich bin auch runter gefallen Ich glaub wir sind ungefähr gleich weit gekommen Kann das angehen? Ja ich glaub schon ungefähr Okay dann lass uns jetzt mal hier ein Random Vehicle rein Uh Was ist denn das für ein Ding? Bitte sag nichts Du hast einfach Sagst du ein richtig Okay also wenn du das Das ist für ein Clown schaffst Ja hallo Lass mich noch Ich bin in Ruhe jetzt hier mit Ey ich kann mir kaum lenken Oh pass auf Ey Mach es gut Oh nein Oh nein Alles gut Noch lachst du Ich fall hier ganz entspannt Ey du musst Vollgas geben Ich mach ja auch Vollgas Aber ich bin hier ganz entspannt Mit meinen Lenkungen Alter ich job hier gerade jedes Mal perfekt rein Jetzt hier bei dem Ding Oh 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 nein Jetzt geh ich grad nach links Was soll das? Uh Ja Alter Ich glaub ich krieg meinen ersten Punkt Bruder Ich krieg auch meinen ersten Punkt Ich bin doch vor dir da Nein Dein ersten Du hast schon einen Nein Du hast recht Du hast recht Ah Oh no Lamborghini hier den Oldtimer Lamborghini Diablo ich hoffe der ist nicht schnell bitte ich glaube der ist richtig cool das glaube ich richtig cool guck dir den mal an Alter ich bin richtig cool guck Countach wieso hast du mit deinem random beat was kriegst du ha? Abfahrt mit deinem random ohhhh Bentley was ist das? ist das ein Rolls Royce? das ist ein GTA-Auto das ist ein GTA-Auto und Cullinan ah 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 stimmt ja Cullinan Rolls Royce oh oh ist das ein Elektro-Auto? ich weiß nicht wieso wuuuhuuu alter bist du schnell jo mein Lamborghini ist richtig cool alter danke fürs aussuchen ey weh du gehst auf die Bremse ne? nein nein ich geb Vollgas die ganze Zeit ich geb die ganze Zeit Vollgas ok ich komm ins Drehen ich komm ins Drehen ich droppe grad jedes Mal gut rein oh nein jetzt ist nicht gut oh das war schon wieder runter ich hab noch kein Punkt ne? es ist die Härte alter das war der einfachste auf der ganzen Welt ich sag dir und ich hab dir den gegeben und du hast ihn mir gegeben ich hab schon hier zwei Stück das heißt zwei Punkte für mich ha 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 danke auf jeden Fall fürs aussuchen Mirka mal gucken was du uuuuuh was ist denn hallo haben sie Taxi bestellt? ne was ist das? ja ich hab leider nur den Motorrad bestellt ha 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 wie? das heißt der nächste Punkt geht safe an mich Kollege du hast auch noch so ein Rennbike ja ja hau rein machs gut wir sind jetzt auf der anderen Seite oha gar kein Punkt oh nein oh nein jetzt aber jetzt aber ja ich kann fliegen noch nicht ganz nein nein ja rette mich rette mich nein nein ich fall vorbei au ja warst du schon unten? ich war fast unten ja ich mach mal entspannen hier wie langsam fährst du denn? ja der fährt so sacre bleu heißt der was heißt das? ha ha ich glaub ich so ein französisches Auto oh Gott du warst ja für die Sixties bis du geht nicht mehr aber gute bitte wie viel Glück kannst du denn haben? bitte oh mein Gott nein oh mein Gott bin ich drauf? oh mein Gott was wie viel Glück kann man schon haben? easy das war so easy ok dann geht auf jeden Fall der Punkt an dich nicht schlecht du darfst mir jetzt natürlich ein Fahrzeug aussuchen oder ich so ein random vehicle nehme ist dir überlassen du nimmst ein random vehicle würde ich sagen ok ich bin nicht so wir sind ja Freunde immer noch ey du wusstest dann plötzlich so eine Schrautkarte bekommen ey wir beide haben GTA Karin bekommen ne? ja aber guck dir mal das hier an was ich für ein Ding hab ey let's go du schaffst es so eine Rostlaube hab ich hier alter oh ich job gut rein danke oh nein ich job wieder sowas von runter oh oh ich bin schon unten oh ich bin schon unten oh ich will mal noch den Punkt aber safe nachholen alter ich sehs oh was nein nein was ja tja aber jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen weiter gekommen als du das bedeutet dass ich dir jetzt hier dieses Polizei Auto gebe damit musst du jetzt fahren warte aber dann musst du vorsichtig fahren ne? ja ja ich fahr schon vorsichtig keine Sorge ich mach jetzt hier ein random vehicle und oh 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 was ist denn das? einmal bitte rechts ran fahren einmal bitte rechts ran fahren ein Badmobil hau rein der herr sie fahrt zu schnell hau rein hau rein ey yo okay ich schwebe hoffentlich okay oh nein ey ohne schweben oh mein Gott okay 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 ohne schweben uuuh du fliegst oder? uuuh 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 und damit der dritte Punkt schon an mich ne? mir fehlen nur noch 2 Punkte, Mökan dann kriege ich 100 Euro ne? ich würde jetzt sagen ich bin schon runter gefallen kein Problem gleich mal noch ein Comeback sag ich joa ja das würde ich sehen mir fehlen nur noch 2 Fahrzeuge uuuh 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 Mann, ich hab schon ein Schlechtes. Bitte, lass mich hin. Alter, warum ist dein Fahrzeug so zerbrechlich? Tschüss. Oh Gott, nein. Oh verdammt, ich bin fast runtergefallen. Ich auch. Bitte, bitte. Bitte. Mann, Leon. Du darfst doch mal oben fahren. Komm doch mal nach oben. Nett, danke schön. Mit dem Auto komm ich bestimmt weiter. Okay, dann fahr mal los jetzt hier mit dem Schrott. Ja, nachdem du es auch komplett kaputt gemacht hast. Mit dem Schrottding. Ja, das war es ja du. Du bist ja, du hast da ja gebremst. Ah, das ist, du machst das. Bro, du hast mich gerade, hast du mich gerade zweimal? Alter, ich weiß nicht, was mit meinem Auto los ist, aber das hat auf jeden Fall richtig Power gehabt. Okay, jetzt hier aus dem Weg. Ich stapel jetzt hier, entspannt den vierten Punkt. Und, oh, ich komm echt richtig schwierig auf. Ich komm so schwierig. Und das war's, das war's. Ja. Das war's mit mir. Ey, du hast aber auch echt richtig Pech gehabt mit deinem Fahrzeug, muss ich sagen. Ich bin weitergekommen, ne? Würde ich jetzt mal nicht so behaupten. Deswegen nimmst du jetzt hier für diese schlechte Behauptung erstmal dieses Schrottauto jetzt hier. Ey, wieso hab ich nur Oldtimer? Das ist echt die... Und ich komm jetzt hier mit einem richtig coolen Monster Truck gefahren. Du willst doch direkt, wenn du... Vollspeed, ne? Von dem Monster Truck. Mhm, aber Vollspeed. Oh mein Gott. Okay. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ey. Ey. Ja, yo, wie du dich trotzdem gefangen hast. Mittig, mittig. Ey. Mann, Leon. Bro, das warst du mit Absicht. Das gibt's doch nicht, bitte. Ich will schon wieder direkt raus. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt komm du erstmal runter. Ja, das ist nicht so einfach, wenn du denkst. Ich geh schon Vollgas. Das sieht so lustig aus. Das ist nicht so einfach. Hilfe. Ey, du fährst einfach mit einem Hunde Monster Truck runter. Nein. 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 Nein, Mann, oh, der Hunde Monster Truck war echt blöd. Alter, das Ding dreht sich voll schnell. Das ist auf jeden Fall echt ein sehr stabiles Random Vehicle, was du gerade bekommen hast. Ja, das... Möchtest du Tacos kaufen? Das sieht ja sehr, sehr cool aus. Mal gucken, was ich... Oh, was ist denn? Oh, meine Hinterscheibe hast du jetzt gerade kaputt gemacht. So vorsichtig, ich muss noch Bikini Bottom. Bisschen Tacos verkaufen. Alter, warum bist du so schnell mit dem Ding? Wann bremst du da eigentlich? Wie? Du bremst da jedes Mal, das habe ich gesehen. Nein, der Wagen ist so langsam. Ja, ja, ja. Bro, ey, ich fahr gerade wirklich mit einem Würfel runter, ne? Glaub mir, du musst einfach nur Gas geben. Oh nein. Oh nein. Ja. Oh nein. Oh nein, ich fahr runter mit dem Ding. Nein. Also bei mir. Ich sag dazu gar nichts. Oh, du fällst auch runter. Ich sag dazu gar nichts. Ungefähr gleich weit runtergefallen. Das heißt, ich darf dir leider kein Fahrzeug geben. Du hast nämlich auch nur drei Stück, Kollege, ne? Nur noch drei Fahrzeuge. Okay. Ah, ja, kein Schuss. Random Beagle. Alter. Was? Rottweiler jetzt. Ein Rottweiler-Monster-Truck. Eben war es doch ein kleiner Welpe. Oh. Nein, das ist ein Motorrad. Schnell, schnell dich wegrammen. Warte mal. Hä? 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 Was machst du da mit mir? Was hast du da für ein Ding? Was ist das? Das ist ein unsichtbarer... Alter, das sieht richtig krass aus. Das kann nicht fliegen. Das ist nicht unsichtbar. Okay, ich gebe mal lieber Vollgas mit meinem Monster Truck jetzt hier. Hau rein, mach's gut. Ich finde jetzt ein Wheelie-Zien. Hui. Alter. Du trinkst mich ja sogar ein. Oh. Aha. Oh nein, Leute. Äh. Oh, ich fall runter. Nein. Und du? Ich sag wieder nichts. Ich sag nichts, aber ich bin weitergekommen. Wirklich. Verdammt, ey. Okay, ich glaube, dir habt es gesehen. Na, welches Fahrzeug soll ich nehmen? Du nimmst den gelben. Also, wenn du schon so fies zu mir bist und alle meine schlechten Fahrzeuge mir gegeben. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das schlecht ist, ne? Äh. 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 Der sieht ein bisschen aus wie Transformers, dieser Bumblebee. Der sieht echt richtig cool aus. Und du kriegst hier so einen Partybus oder so. Der Mile High Club. Alter. Mein hat krasses Handling. Wirklich? Ey. Kann ich dich auch handeln? Ey, das zählt nicht. Als ob ich direkt wieder bestraft werde. Ich werde... Oh mein Gott. Das ist nicht auch mit runtergeschoben. Ich bin runtergefallen. Aber viel weiter vorne wie du. Ah, Glück gehabt. Okay, komm. Dann müssen wir jetzt Random Vehicle machen. Und... Oh. Guck dir den an. Was? Ich dreh durch. Ha. Was denn das? Aber weißt du... Meiner... Lass... Alter, wieso ist man so... Ich danke dir. Mann, bitte. Gern geschehen. Gern geschehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Ich habe aber Schuld gehabt. Mein BMW war so cool. Ich wollte ein bisschen mehr ausprobieren. Verdammte Axt. Nein. Aber ich bin weitergekommen als du, ne? Du bist viel weitergekommen. Alter, der BMW war aber cool. Das ist echt richtig cool. Dann... Darfst du dir jetzt hier wieder ein Fahrzeug nehmen. Und ich würde sagen, du nimmst jetzt hier dieses komische Zukunftsding. Du bist so ein guter Freund. Das wird jetzt ein Dreieckfelgen. Und ich schnapp mir ja deinen Nachbarn. Ey, Mann. Auch nicht gerade besser. Oh Gott. Hau rein. Lass mich in Ruhe. Juhu. Okay. Oh, ich bin gut reingejobbt. Alles bis jetzt noch richtig... Nein. Ich bin gefangen wie ein Fischfänger. Nein. Oh Gott. Ich brauche auch gerade einen Fischfänger. Wie bist du runtergefallen? Ich bin draußen. Ich auch. Ich auch. Nein. Das gibt es nicht. Na, dann wird es auf jeden Fall Zeit fürs Random Vehicle. Und... Uh. Ich habe so ein richtig krasses Grip-Fahrzeug. Yo. Er kriegt einfach LKW. Du hast ein Grip-Fahrzeug? Du hast ein Schneemobil. Ja, damit habe ich richtig viel Grip. Egal wo. Das, was du brauchst, ist Grips. Haha. Das, was du brauchst, sind ein paar Punkte. Ja, das stimmt auch leider. Oh Mann. Und ich schnappe mir jetzt hier nämlich die neun Punkte. Bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott, ich komme richtig gut durch. Ich komme richtig gut durch. Ich bin runtergefallen. Nein. Nein. Also, ich habe so drei Kurven überlebt. Nein. 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 Au, au, au. Verdammt, ey. Komm, ich gebe dir die Möglichkeit auf eine aller entscheidende Runde. Du darfst entscheiden, ob du die annehmen möchtest oder nicht. Natürlich nehme ich die an. Dann komm, spawnen wir dein Random-Viegel rein. Oh Mann. Ey, was? Aber warte, haben wir nicht gesagt, wir machen drei Stück und dann dürfen wir uns davon einen aussuchen? Na gut, dann komm. Das ist besser. Oh mein Gott. Quatt. Yo. Yo. Was habe ich bekommen? Oh mein Gott, das ist wieder ein Lambo. Das gibt es nicht. Also, es ist so. Okay, fahr los, fahr los. Ich nehme den Quatt. Ich nehme das Quatt. Na gut, dann viel Erfolg damit, ne? Ja, danke schön. Ja, ja. Okay, dann let's go. Ohne Anstupsen, ne? Ja. Oh mein Gott. Warte, wenn ich jetzt gewinne? Dann hast du gewonnen. Ich weiß, es war sehr nett von mir, sowas anzubieten. Aber da ich mir so sicher bin, dass ich gewinnen werde. Okay. Was ist, wenn wir beide gewinnen? Ja, dann haben wir beide gewonnen. Oh nein. Alter, okay. Oh nein. Oh mein Gott, das war so knapp gerade. Oh. Alles gut. Ich habe mich gerade noch gefangen. Wo bist denn du? Alter. Okay. Ich bin es. Alter. Man hat mir nicht so einen Squad PK. Was? Was? Ja. Ja. Nein. Ich bin es. Ich auch. Haben wir? Hä? Oh, Bro. Oh mein Gott. Hä? Hä? Ich stecke ab. Das gibt es nicht. So. Wir haben beide gewonnen. Alter, wir haben uns einfach beide geschafft. Juhu. Das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von noch mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt mir, wenn wir hier das Video aus. Einfach auschecken. Und haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.